Ihnen und euch ein herzliches Grüß Gott hier in unserer Kirche. In dieser Kirche feiern wir normalerweise unseren Gottesdienst, aber wir wissen es alle, zurzeit können unsere Gottesdienste nicht stattfinden. Es hat Maßnahmen gegeben, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und dazu gehört auch, dass Menschen nicht mehr auf der Straße sind, dass wir keine Veranstaltungen durchführen und so eben auch keine Gottesdienste hier in unserer Kirche haben. Aber wir haben uns im Kirchenvorstand etwas überlegt und das erleben Sie jetzt, dass wir über einen YouTube-Kanal in Verbindung bleiben, dass kurze Andachten, Worte hier aus der Kirche zu Ihnen nach Hause übertragen werden können. Darüber bin ich sehr glücklich, dass wir so in Verbindung bleiben können. Aber das wissen wir auch, da ist noch jemand, der überhaupt erst dafür sorgt, dass wir in Verbindung bleiben können. Es heißt in der Bibel, wir sind alle Glieder am Leibe Christi. Ob wir uns sehen oder nicht sehen können, ob Sie gerade auf einem anderen Kontinent sind und ich hier, all das spielt keine Rolle, um zu wissen, als Christen gehören wir zusammen, sind wir miteinander verbunden. Ich habe Ihnen dieses Büchlein mitgebracht. Viele von Ihnen kennen es. Es ist das Losungsbüchlein. Für jeden Tag stehen hier biblische Worte drin, die einem Orientierung geben für den Tag. Seit vielen Jahrzehnten ist dieses Büchlein mein täglicher Begleiter. Es hilft mir, dass ich, wenn ich morgens aufstehe, meine Gedanken nicht zuerst an mich selber richte, sondern dass ich mein Herz an den halte, der ein Wort für mich hat. Und wie unsere Kinder erst im Kindergarten singen, von dem ich weiß und an den ich glaube, dass er die ganze Welt in seiner Hand hält. Also auch dich und sie und mich. Es hat sich ja in den letzten Tagen und Wochen für uns viel verändert. Es gibt eine gewisse Unruhe, es gibt Unsicherheit und ich habe auch Menschen kennengelernt, die wirklich richtig Angst haben, sich zu infizieren. Wir können viel in diesen Wochen erleben. Ich persönlich empfinde es zum Beispiel so, dass die Regierenden, also hier im Freistaat Bayern und auch auf Bundesebene, uns viel näher gekommen sind, als sie es sonst sind. Die Entscheidungen gehen uns mehr an und sie betreffen uns irgendwie persönlich. Und darum ist es auch meine Bitte an euch, an sie, an alle, die jetzt dieses hören, was ich sage, lasst uns für die Verantwortungsträger beten. Die haben jetzt eine richtig schwere Aufgabe. Viele von uns sind daheim. Sie können nicht zur Arbeit gehen. Sie müssen vielleicht ihre Kinder betreuen, weil die Kindertageseinrichtung ihren Betrieb auch weitestgehend eingestellt hat und nur für ganz bestimmte Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, geöffnet ist. Viele sind am Arbeitsplatz und erleben auch besondere Vorsichtsmaßnahmen. Aber egal, wo wir sind, unser Leben hat sich verändert. Wie schön wäre es, wenn wir jetzt empfänglich bleiben, empfänglich bleiben dafür, dass diese Tage keineswegs, wenn ich aus dem Glauben spreche, gottfern oder gar gottlos sind oder trostlos. Es ist meine Überzeugung, wir können in dieser Zeit, die wirklich eine besondere ist, den Gott der Bibel besser kennenlernen. Er ist nicht der, der dafür sorgt, dass jetzt alles irgendwie durcheinander kommt oder gar eine Strafe über uns verhängt. Es ist eher so, in dieser Situation, die so ist, wie sie ist, wendet sich Gott an uns und ich höre, ich höre, wie er zu uns sagt, gebt mir mehr Raum. In meiner ganz persönlichen Überzeugung würde ich noch einen Schritt weitergeben, weil auch ich mich dabei ertappe, dass ich mich oft gut eingerichtet habe und meinen Tag gar nicht immer so gottverbunden lebe, dass Gott zu mir sagt, gib mir doch den ersten Platz. Denke über mich nach und du wirst sehen, was es für dich bedeutet. Wir wissen es ja aus der Bibel, Gott hat uns zuerst geliebt. Aber wie ist es mit der Liebe? Liebe braucht eine Antwort. Wenn Liebe sozusagen ein Wort ist, braucht Liebe eine Antwort, sonst geht das Wort ins Leere. Liebe. Liebe, und das wäre die Antwort, die ich geben könnte, formt mich. Ich lasse mich darauf ein. Wir wissen es, wirklich verändern tut die Liebe. Wofür? Sie verändert für ein gelingendes Miteinander und füreinander. Zwei ganz wichtige Worte auch in unserer Gemeinde, aber auch in ihrer Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz. Und wir können das zurzeit ganz besonders erleben. Und zwar nicht trotz des Abstands, den wir zueinander halten müssen oder sollen, diese berühmten anderthalb bis zweieinhalb Meter, die wir voneinander Abstand haben sollten. Nein, wir können es erleben gerade, weil wir Abstand voneinander halten müssen. Das wird plötzlich viel intensiver zwischen Menschen. So erlebe ich das. Es gibt plötzlich Fantasie, wie wir einander nah sein können. Wo immer mir in den letzten Tagen Menschen begegnet sind, habe ich das so erlebt und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Unsere Kirche, unsere schöne Kirche, ist täglich zur Zeit von sieben Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Es brennt eine Kerze die ganze Zeit. Man kann sich hier in den Altarraum setzen, man kann beten, Stille sein, man kann auf die Stille hören oder in der Stille auf Gott hören. Und tatsächlich, der eine oder andere auf dem Weg zum Einkauf oder auf dem Weg zurück nach Hause geht in unsere Kirche, verweilt hier einige Minuten. Manchmal bekomme ich das mit, wenn ich in meinem Pfarrhof bin, dann höre ich ja die Kirchentür auf- und zuklappen. Die, die kommen und die, die ich fragen konnte, die empfinden es als richtig, hier sozusagen eine kleine Pause gemacht zu haben, hier Station gemacht zu haben. Aber wenn ich sage, sie empfinden es als richtig, dann kann man auch sagen, es ist recht. Und jetzt sind wir sprachlich ganz dicht dran an dem, was der Tagesvers heute im Losungsbüchlein uns sagen will. Ich lese ihn einmal vor. Da heißt es im 145. Psalm, Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Gerecht, recht, richtig. Unsere Sprache lädt uns gerade dazu ein, über diese Worte zu meditieren und darüber dann auch ganz viel zu hören, was Gott uns sagen will. Ich habe diesen Sonntag ein besonderes Erlebnis gehabt. Ich hatte der Gemeinde versprochen, also Ihnen und Euch, hier zur Gottesdienstzeit bin ich in der Kirche präsent. Vielleicht stellvertretend für alle, die sonst kommen würden. Stellvertretend auch für alle, die nicht kommen würden, die zu Hause bleiben. Ja, und dann war ich hier also in der Kirche und habe mir ein paar Dinge zurechtgelegt und dann ging die Kirchentür auf und es kam jemand und ich sage, na, was möchtest du denn jetzt hier? Und er sagte, ja, also wenn du hier bist, präsent bist, dann will ich auch hier sein. Also haben wir in dem nötigen Abstand, ganz klar, hier im Altarraum Platz genommen und dann ging die Kirchentür wieder auf und es kam noch jemand. Und es war in dieser ganz kleinen Gemeinschaft, auf der großen Fläche, wie wir uns verteilen mussten, ein ganz, ganz besonderer, ja, ein ganz besonderer Gottesdienst für mich. Keine Liturgie, keine Orgel, nichts davon, aber eine Bibel. Wir haben darin gelesen, miteinander zu beten oder auch ein Lied zu singen. Und dann habe ich aus dem Buch Jesaja vorgelesen. Da tauchen diese Begriffe nämlich auch auf von Recht und Gerechtigkeit und Gericht. Ich lese ihnen die einmal vor. Da heißt es in einer krisengeschüttelten Zeit des Volkes Israel durch den Propheten, wir warten auf dich her, auch auf dem Weg deiner Gerichte. Denn wenn deine Gerichte über die Erde gehen, so lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Wir warten auf deine Gerichte, Herr. Denn wenn deine Gerichte über die Erde gehen, so lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Das Schöne daran ist, dass es ganz wörtlich heißt, wir möchten dir in deinen Gerichten begegnen. Und es sagte einer von den beiden, die gekommen waren, ja, das ist eigentlich etwas ganz Besonderes, was Jesaja uns hier sagt. Er sagt uns nämlich, dass die Dinge wieder auf den richtigen Platz gehören sollen. Das hat er sehr schön formuliert und ich bin sehr dankbar dafür. Es geht nicht, wie ich vorhin schon sagte, um Strafe. Viele verbinden mit dem Wort Gericht sofort Strafe. Aber das ist nicht gemeint. Eher würden wir uns doch selbst bestrafen. Gott will nicht strafen, sondern Gott will uns richten. Er will uns ausrichten. Er will uns in dieser Zeit neu sagen, wie wir unser Leben justieren, ausrichten können. Wir können das Ohr unseres Herzens zum Beispiel an sein Wort halten, um sein Herz darin schlagen zu hören. Vielleicht spricht er so. Du, berichtige, da ist auch das Richtige drin, berichtige deine Wege. Komm auf meine Wege. Meine Wege. Meine Wege, Psalm 145, sind gerecht, sind richtig. Und ich möchte dir noch etwas sagen. Das ist jetzt sozusagen Gott in den Mund gelegt. Ich habe dir mit Jesus Christus einen an die Seite gestellt, der dir mit mir Gemeinschaft schenkt, der es richtig werden lässt für dich und zwar richtig gut. Kehre um. Wäre das ein Wort für diese Tage und Wochen, umzukehren zu ihm, dass wir uns bewusst unter das Kreuz stellen? Drei Begriffe fallen mir ein, wenn ich an das Kreuz denke. Liebe, Leid und Hingabe. Sicherlich könnten wir jetzt noch mehr nennen, aber belassen wir es bei diesen dreien. Und Gott sagt, von meiner Seite kannst du an diesem Kreuz Liebe, Leid und Hingabe sehen. Mein Sohn, Jesus Christus, der dich unendlich gern, unendlich lieb hat, der Leiden auf sich genommen hat für dich, der sein Leben hingegeben hat. Das ist sozusagen von Gottes Seite. Aber Gott sagt, unter diesem Kreuz kommen Leid, Liebe und Hingabe sowohl von meiner Seite wie auch von deiner Seite zusammen. Also bring du doch bitte dein Leid, deine Liebe und deine Hingabe mit. Und zusammen, du und ich, wir können was daraus machen. Ich bin mir ganz sicher, diese Tage und Wochen können für uns Tage der geistlichen Schulung sein. Du kannst Großes erleben, Neues erleben an dir und Gott sagt dann und mit mir. Es kann etwas richtig werden in deinem Leben, nämlich, dass wir zusammengehören. Ja, ich liebe dich so sehr. Meine Wege sind gerecht. Möge das für uns alle zur Gewissheit werden, zu einer Glaubensgewissheit geliebt zu sein. An diesem Tag, heute, ist es mein Gebet für uns alle. Für sie, für dich und auch für mich. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.